Ein sauber Spürch aus Merseburg landen, der da das tote Fleisch an den Knochen wieder auferstehen lässt. Und wir können dann gemeinsam aus den Gräbern steigen. Der Fleisch erhebt sich, was wir gemacht haben, was wir verletzen, was wir gemessen, an der Ecke bleibt, zusammen in der Höhe der Knochen wieder auferstehen lässt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020